Hiho und willkommen meine lieben Strategiespiel und ja, Warhammer Freunde, zur zweiten Staffel von Dawn of War 2 Retribution. Das habe ich ja glaube ich vor der ganzen Weile mal angekündigt, dass ich noch mindestens eine zweite Staffel Dawn of War 2 machen möchte. Und zwar als Imperiale. Und ich habe mir gedacht, da ich im Augenblick nicht so viel Auswahl für meine Sonntagsprojekte habe, schiebe ich das einfach mal als neues Sonntagsprojekt ein. Es sind ja auch schon lange sonntags keine Spezialfolgen mehr gekommen, weil ich einfach keine Zeit für das Sonntagsprojekt zum Aufnehmen hatte. Das habe ich aber jetzt heute mal nachgeholt. Deswegen gibt es, Überraschung, diesen Sonntag endlich wieder ein Sonntagsprojekt. Gut, wir starten einfach hier die Kampagne. Eine neue Kampagne starten. Nein, Prolog-Mission will ich nicht spielen, das Tutorial. Und ja, das letzte Mal haben wir als Tyranien gespielt. Wollen wir diesmal nicht. Wir wollen diesmal... Wir leben um zu kämpfen und kämpfen um zu leben. Genau. Imperiale Armee spielen. Die Imperiale Armee von Kadian besteht aus realen menschlichen Verteidigern des Imperiums. Da sie in großen Mengen einberufen werden, verlassen sie sich auf ihre Überzahl und schwere Fahrzeuge. Die Kadianer sind vor kurzem in großer Zeit in den Subsektor Aurelia eingedrungen, um die ständige Bedrohung durch Xenos und Emyren zu bekämpfen. Die Imperiale Armee wird von General Feldmarschall Castor befähigt. Das ist er hier übrigens. So, fortfahren. Nennen das Ganze mal Let's Play, den Kampagnen-Namen. Spielen auf normal, ich könnte auch auf schwierig spielen, aber ja, das ist dann teilweise ziemliche Materialschlacht einfach nur. Viel mehr ändert sich da nicht dran. Es wird nicht wirklich viel schwieriger, außer dass man eben länger braucht. So, und dann starten wir ins Intro, was man bereits aus der Tyraniden-Kampagne kennt. Es ist allerdings etwas abgeändert. Genauso wie die Kampagne etwas abgeändert ist. Zum Beispiel fehlte der Tyraniden-Kampagne eine Mission, die wir dieses Mal haben sollten. Und wir haben mehr Kontext. Also los. Vor zehn Jahren haben wir Bloodravens den Dämonen Ulkair vernichtet und seine Pläne durchkreuzt, Aurelia in eine eiternde Höllenlandschaft zu verwandeln. Wir dachten, unser Sieg würde für den Sektor das Ende des Krieges bedeuten. Wir lagen falsch. Neue Überfälle von Dämonen plagten die Planeten Aurelia, Typhon, Calderis und Meridian. Als Antwort darauf wurde die imperiale Armee, der Hammer des Imperators, massenhaft in den Sektor entsandt, um ihn zu retten, um ihn zu verteidigen. Und doch nahmen die Übergriffe zu. Schon bald führte dies zu Aufständen. Und Wahnsinn unter den imperialen Soldaten. Jetzt ist der Sektor hilflos. Ruiniert durch einen stetigen, endlosen, nicht nachlassenden Krieg. Wir sind Space Marines. Wir sind Bloodravens. Wir würden handeln. Doch wir sind zu sehr damit beschäftigt, mit uns selbst zu kämpfen. Asaria Kuras, unser Ordensmeister und Skriptomagister, hat die Helden von Aurelia zu Abtrünnigen erklärt. Jetzt werden wir von unseren Brüdern verfolgt. Brüder, die sich des Bündnisses zwischen dem Ordensmeister und Ulkair nicht bewusst sind. Ein korrupter Ordensmeister der Space Marines. Eine Miliz, die durch Unordnung und Aufruhr zerfallen ist. Dämonen. Abtrünnige. Ein Sektor, der nur den Krieg kennt. Dem Imperium reicht es. Es gibt eine Lösung für den Sektor. Eine Lösung, die mir nur allzu vertraut ist. Der Ordo Malleus trifft ein. Die heilige imperiale Inquisition. Ihre Schiffe tragen die Munition für den Exterminatus. Die Bereinigung aller Planeten des Sektors vom Leben. Xenos. Menschen. Korrupt. Oder unschuldig. Aber ich habe eine Verbündete in der Inquisition. In meinem finstersten Moment wurde sie dazu. Denn sie erhöhte meinen Ruf. Sie wird im Sektor ankommen, bevor die Exterminatus-Flotte eintrifft. Um meine Behauptungen zu untersuchen. Mit entsprechenden Beweisen hat sie die Macht, die bevorstehende Zerstörung aufzuhalten. Wenn sie es denn will. Wieder dieselbe Geschichte. Der Subsektor Aurelia. Total überrat von Tyraniden, Chaos und Orcs. Das Imperium hat die Schnauze voll. Also schickt die Inquisition den großen Kaputtmachmaschinen. Und natürlich will Captain Angelos das verhindern. Deswegen kommt ein besonderer Gast an. Vielleicht sind nicht alle Männer in diesem Sektor Feiglinge. Wenn dem so ist, ist einer bei dem Hinterhalt nicht geflohen. Kein Feigling. Aber vielleicht ein Narr, weil er diesen Hinterhalt zugelassen hat. Ich schlage vor, dass wir ihn einsammeln. Es besteht die Hoffnung, dass er nützliche Informationen über die Situation besitzt. Wir müssen schnell sein und es werden zweifellos Xenos zwischen uns und unserem Mann stehen. Da ist nämlich General Castor gelandet. Ich höre, die Anführerin der Xenos, die diesen Ort verseuchen, kann nicht weit sein. Unser vermisster Sergeant hat vielleicht Informationen für uns. Wir müssen uns nur einen Weg durch diese Bestien schlagen, um ihn zu erreichen. Also das hier ist unser Generalfeldmarschall. Und das ist die Inquisitorin, genau. Wir haben die Spezialfähigkeiten. Er kann einmal einen Superschuss abgeben und eine Walküre absetzen. Also ein Transportschiff, was zusätzliche Einheiten abliefert. Und sie kann Gegner in Flammen einhüllen. Und ja, weil er der Generalfeldmarschall ist, hat er immer eine kleine Eskorte dabei, weswegen er einer meiner Lieblingshelden ist. So. Und mit dem ballern wir uns dann mal. Ganz ruhig, hier durch. Weil die paar Termaganten, die können uns nicht viel. Und da ist er. Unser gefallener Sergeant. Schwächer als er sein sollte, aber stärker als ich erwartet hatte. Ich denke, dieser Mann kann gerettet werden. Bin schon unterwegs. So. Im Gegensatz zu den Tyranien haben wir jetzt auch mehrere Helden. Also für diejenigen, die die erste Staffel vor kurzem gesehen haben oder sich noch dran erinnern. Als Tyranien hatten wir ja nur den Schwarmlord. Ansonsten eine ziemlich große Brut immer mit dabei. Die anderen Völker haben mehrere Helden immer dabei. Insgesamt vier Stück. Aber das sieht man nachher noch ein bisschen besser. Und ja, die Tätoriatipps, die ignorieren wir einfach mal. Die brauchen wir nicht unbedingt uns alle ansehen. Das ist ja alles bekannt. Im Gegensatz zu den Tyranien haben wir mehrere Helden. Und wenn der Held fällt, dann kann er von einem anderen Helden wiederbelebt werden. So. Wiederbeleben. Das ist nicht mein erster Tanz mit dem Tod. Vielen Dank, General. Ich dachte, das wäre es gewesen. Ihr Mangel an Feigheit ist erfrischend, Sergeant Major. Aber Ihre Schwäche ist typisch für diesen Sektor. Ich werde Sie abhärten oder aufbrauchen. Vielleicht beides. Ganz wie es dem Imperium passt. Wir brauchen ein Ziel. Die Munition wird schwer. So. Hier, Kommandant. Ich höre. Wie für alle Helden können wir Upgrades kaufen. Also in dem Fall sollen wir die Gesundheit, weil das hier ja noch Tutorial-Level mehr oder weniger ist, Gesundheit für den Sergeant kaufen. Wie erwartet. Die beste Antwort auf einen Hinterhalt ist ein Gegenangriff. Schnell und kraftvoll. So, dann werden wir erst einmal den Absorber-Schwarm los, weil der einfach nur nervig ist. Und dann die Ganten-Gegner hier. Die Inquisitorin ist halt etwas besser im Nahkampf, während die anderen beiden Helden halt bessere Fernkämpfer sind. Ich rücke vor. Bin unterwegs. Sie ist vernichtet. Daran sollte man auch immer wieder denken. Also mal gucken, dass wir die Inquisitorin vorschicken. Ein tapferer Mann fürchtet feindlichen Beschuss nicht. Aber ein kluger Mann setzt sich ihm nicht aus. Wären Sie klüger gewesen, wären Sie nicht schon früher gefallen, Sergeant. Wäre ich klüger gewesen, hätte ich diesen Subsektor schon vor Jahren verlassen. Ich habe keine Angst. Ich führe einen Schlag fürs Imperium. Ich werde einfach hier. So. Er wirft meine Granate auf die da oben. Für ein eben Ziel. Eliminiert. Das ist kündig. Wir sind in Bewegung. Dann kriegen wir die da oben auch noch weg. Ich greife an. Das war mal befriedigend. Ja, der General Femm wahrscheinlich ist halt wirklich cool, weil er eine kleine Kampftruppe mit sich führt. Auch wenn die jetzt wirklich klein ist mit zwei Mann. Aber die hat er halt umsonst. Und die machen schon ein bisschen Schaden. Wir müssen dieses Gebäude sofort sichern. Vielleicht können wir dort weitere Streitkräfte rekrutieren. Jo. Und wie bei den Tyranien können wir auch Gebäude sichern und dort Einheiten ausbilden. Welcher Weg das Objekt stört? Ich zerstöre es. So, sacken wir gleich mal noch die Ressourcen ein. Den Kisten hier. Und hier können wir Infanteristentruppen ausbilden. Ich rücke vor. Ich mache mich auf den Weg. Wir sind hier. An die Arbeit. Ein einfacher Trupp regulärer Infanteristen ist unsere grundlegendste und nützlichste Option. Nahkampf liegt ihnen nicht, aber sie haben genug Laserkanonen für Fernkampf, sodass das nichts ausmacht. Auf dem Feld kann ihre Feuerkraft mit Ressourcen und Ausrüstungen verstärkt werden. Ja, kurzer Zwischenhinweis von unserem Sergeant. Ich liebe dieses Geräusch. Ein weiterer Tyranide ausgeschaltet. Hoffentlich bin ich in Bewegung. Wollen wir uns gleich schon mal den dritten Trupp? Weil mehr können wir nicht ausbilden. Wir sind hier, an die Arbeit. Hier unten ist nämlich noch zur Erinnerung unserer Bevölkerung. Ach, Orcs. Genau, aus dem Sperrfeuer raus. Da müssen wir kurz warten, bis sie sich wieder gesammelt haben. Ich habe den Orc. Pflanzen sind dem Weg, diese Pflanzen nicht sehen. Melde Feindkontakt. Wir werden angegriffen. So. Bin in Bewegung. Das war es mit dem... Ja, genau. Er muss ihm noch unbedingt einen verpassen. Also ja, diese Finishing-Moves sind immer wieder lustig. Zeit für etwas Bewegung. In der Nähe ist etwas Großes abgestürzt. Ein Orc-Schiff. Orcs haben eine Vorliebe fürs Plündern. Vielleicht finden wir etwas Nützliches. Töten Sie Alexenos und nehmen Sie, was wir brauchen können. Jupp. Wir können dir einfach mal deinen Angriffsbefehl geben. Damit wir mit unserer Kampftruppe hier ein bisschen Schaden machen. Und dann müssen wir noch hier das Lager säubern. Und den Geschützturm zerstören. So, jetzt gehen die Kraftwerke in die Luft und wir kriegen eine Rüstung. Und können uns hier die Ressourcen noch schnappen. Die wir fast nicht mehr brauchen, da wir hier alle Truppen haben. Wir könnten die Trupps mit drei Flammenwerfern ausrüsten. Das würde aber ihren Fernkampfwert senken. Auch wenn wir es hier eher mit Tyranien zu tun haben, die ja auch viele Nahkämpfer haben. Machen wir das. Machen wir das einfach mal. Holen uns ein paar Flammenwerfer. Wir werden angegriffen. Neue Verrückung. Feindberührung. Mäder, Sie haben uns festgenagelt. In Deckung. Dank sei dem Imperator genieser worden. Mäder. Kleine Siege. Hoffentlich bin ich in Bewegung. Holen Sie euch, bevor noch mehr auftauchen. Tyraniden haben uns angegriffen. So, der ist in dem Bunker, die Tyraniden. Ich liebe dieses Geräusch. Was auch immer, Tyraniden in einem Bunker machen. So. Diese Dinger sind eklig. Wir werden angegriffen. Die Granate hat leider nicht viel gebracht, aber sie hat etwas gebracht. Ein weiterer Tyranide ausgeschaltet. Ich rücke vor. Und ja, wir können den Punkt hier jetzt sichern. Wir brauchen, ist ein Cutters Ziel gehört mir, Sir. Zubürft, ja. Ich sehe das Ziel. Hoffen, kümmere mich drum. Befehle, Sir. Dann los! Das Ding ausschalten! Wir sind da klar. Ich sehe das Ziel eingenommen. Ich erfasse das Objekt. Ein schwerer Waffentrupp wäre hier nützlich. Dessen Sperrfeuer würde den Feind beim Vorrücken aufhalten. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff vorn. So, wir haben jetzt einen schweren Waffentrupp gekriegt. Wir versuchen uns dort raus zu jagen. Wir werden das Gelände zu unserem Vorteil nutzen und ihnen das vermasseln. Ich breche sofort. All stand. Ich rücke aus. Alle reingehen. So, schweren Waffentrupp ins Gebäude. Da ist er nämlich am effektivsten. Das Ding ausschalten. Nur zu, Sir. Rein. Bewegung. Und dann müssen wir uns hier verteidigen. Ich liebe dieses Geräusch. Das ist ziemlich zerstört. Ich bin in Bewegung. So, jetzt greifen sie von der anderen Seite aus an. Kommen hier irgendwo durch. Gebrochen. Haben wir ein Ziel? Und ja, die imperiale Armee ist halt wirklich die Verteidigungsmacht schlechthin. Also wer eine imperiale Stellung angreifen will, der muss es hier wirklich ordentlich überrennen. Weil das hier hat jetzt auch nicht wirklich geholfen. An diesem Ausfluss werden angegriffen. Werden angegriffen. Tyranniden angriffen. Tyranniden angriffen. Ich stecke hier fest. Wir sind hier draußen fest. Wir sind hier festgenagelt. Tyranniden ziel. In die Linie. Ausfluss der Tyranniden. Okay. Les da. rum. Was Ich Document. Um lifting. Vielen Dank.